Sooo, da da. So, so, so. Dann wollen wir mal die Letzten hier noch vertun, wegen du weiter von deinen Mücken träumst. Was denn? Nichts. Nichts, okay. Gar nichts. Okay, okay. Wieso sollte auch es sein? Na dann. Ist doch gut. Gar nicht, wieso du so aggressiv bist. Du weißt es sehr wohl. Das soll ein bisschen ausgeglichener sein. So. Wieder ein Stückchen Feld dran. Ich bin ja gleich fertig mit Auffüllen, dann können wir unsere Tour machen. Jipp. Jippe die, jippe die, jippe die, jippe die. Und das Pferd ist nicht angeleint? Mein Pferd war nicht angeleint. Deins auch nicht, nö. Äh, okay, guck mal. Wir stehen hier einfach im Stall drin. Naja, wenn es dem Mücken fehlt. Dann kann ich deins nicht mitbringen. Achso. Musst du selber gehen. Äh, ja. Ich geh gleich. Voll die Ebene jetzt geworden her. Ziemlich krass, oder? Das Haus ist jetzt voll eingebaut hier. Wie platt das ist jetzt hier. Ähm, ich muss mir aber, glaube ich, vorher noch ein neues Werkzeug machen. Achso, ja, das wäre ganz gut, ja. Das muss ich aber, glaube ich, auch. Also Werkzeug habe ich ja schon gemacht, aber Essen. So ein bisschen Vorbereitung, ja, Essen habe ich auch nichts mehr im Inventar, gar nichts. Machst du nur noch Brot? Ich mache jetzt noch Brot, ja, ich mache jetzt noch ganz viel Brot. Sehr gut. Mal gucken, wie viel war hier. Och, nee, eine Blume nicht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zwei, drei. Ja, ich kann sehr viel Brot machen. So viel Weed, wie wir haben. Kann ich Brot backen, bis du schwarz wirst. So, jeder ein Steck Brot, das reicht doch, oder? Ja, ich denke schon. Ich habe zwei Spitzhacken, zwei Schaufeln. Ähm, vielleicht noch Leinen. Leine habe ich eine eingepackt. Auch für mich? Nee. Liegt hier noch irgendwo einer? Ich weiß es nicht. Äh. Ähm, ich mache noch ein paar Fackeln. Ah, toll. Ja, toll. Liegt natürlich keine mehr hier, ne? So, dann nehme ich den Crafting Table mit und die Betten, ne? Ja, mach das. Hm, ähm. Und dann... Nein, ich brauche doch den Crafting Table gerade noch. Ach so, ja, hier draußen. Da. Entschuldigung. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Also, wie gehen wir jetzt mal Slimeball in die Mitte? Nee. Ja, sag mir doch einfach. Links, oben, links und oben und rechts unten. Genau. Ähm, lass den mal doch da stehen, ne? Okidoki. Äh, ich brauche jetzt erstmal noch... Ach, mein ist noch voll viel Dreck, ich mach da weiter. ...Werkzeug. Fand ihr nicht irgendwo noch Sticks vorhin? Die sieben hab ich genommen, um daraus ein paar Fackeln zu machen. Ach so. Huch. Ey, ich wollte mich nicht auf mein Pferd setzen. Uh, Sturm. Entschuldigung. Pferdchen, was machst denn du hier? Du stehst ein bisschen im Weg rum. So. So. Was brauche ich denn jetzt? Das weiß ich nicht. Meine Angel muss ich nicht mit dem, nehme ich an. Äh, ne, denk nicht. Ich schätze mal nicht. Gleich werde ich dich hauen. Piks? Nee. Oh, ich wollte dir noch die sechs... äh, die zwei Stacks Brot... äh, den Stack Brot geben. Da bitte. Oh, vielen Dank. Ähm, das können gleich weg, das können gleich auch weg, das auch. Das nehme ich mal weg. Oh, Pogjob. Hm. Eine Axt wäre vielleicht nicht schlecht noch. Jo. Eine Axt kann nicht schaden, glaube ich. Machen wir gleich zwei. Was? So viel hast du? Ich weiß nicht, ob wir vielleicht noch warten sollen, bis die Sonne runtergegangen ist. Ja, aber vielleicht nicht schlecht. Am Ende stehen wir wieder irgendwo und wir sind nicht... ... wo wir benachten sollen. Ah, dann tue ich derweil noch ein bisschen hier... ...verfüllen. Was mit deinen Röschen hier? Naja, die kannst du abbauen erst mal und irgendwo reintun. Das Pferd ist komisch. Das will unbedingt hier rauf, guckt aber immer nur den Dreck an. Haben wir noch irgendwo Pfeile, zufällig? Ähm, ne, ich glaube nicht. Oh Mist. Ich hab da noch irgendwie neun oder so. Ich hab auch nur noch... ich hab nur sieben. Ist auch nicht so viel. Aber naja. Was soll's? Wie macht man die nochmal? Ähm, ein Flint, ein Stick und... äh... ...Prädern. Guck mal, es wird langsam dunkel. Dunkelheit. Pferd, warum stellst du dich immer genau dorthin, wo ich bauen möchte? Kannst du mir das mal erzählen? Das ist ein Wirdus an sich. Jetzt sieht's hier voll glatt gelutscht aus. Kein einziges Gras... ...ding jetzt mehr. Naja, das wird noch, das wird noch. Ähm, ja, ich weiß schon. Wenn da die ganzen Häuser hier stehen, sieht's nicht mehr glatt gelutscht aus. Das ist nur im Moment, meinte ich halt so. Ja. So allgemein. Und gerade jetzt. Und dann muss ich ja auch unsere Betten wieder aufstellen, ne? Ja. So. Blöpp und blöpp. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles mit, was ich brauche. Okay, dann baue ich den Crafting Table schon mal weg. Dann knallen wir uns ins Bettchen. Und morgen geht's los auf die Grausreise. Ins Ungewisse. Juhu. Guten Morgen. Ja, es müsste wirklich immer so schnell gehen. Das ist echt cool. So. Und wir reiten dort rüber. Uh, durchs Wasser. Ja, ja. Ja, Tor. Doof, aber was willst du machen? So. Komm. Hey, warte doch mal. Was, bis soll ich? Wo weit ist denn wir schon? Entschuldige, bitte. So schnell weg. Sorry. Oh, was ist denn hier? Eine Schlucht oder was? Vorsicht. Echt, eine Schlucht? Hier links, ja. Oh, okay. Was ist denn hier, eine Schlucht? Hier waren wir noch nie. Echt nicht? Ne. Krass. Hier waren wir noch nie in die Richtung unterwegs. Die andere ist halt ein bisschen schwer, da brauchen wir ein Boot. Da müssen wir uns ein Boot bauen und mal bloß mehr schippern. Weißt du, was wir vergessen haben? Was? Knochen. Knochen. Oh, shit. Ja, kommen wir dann nochmal zurück, oder? Gehst du? Äh, ja. Nase! Ja. Ganz viele, süß! Ne, ich komm schon mit. Lass dein Pferd auf der Seite vom Wasser, ich pass drauf auf. Okay. Huch. Wo willst du hin? Halt ich gerade in die richtige Richtung? Ne. Ja, doch. Hä? Ja, doch, da noch. Ja, hier rüber. Mit der Fliegenpilz. Da lang. Der Fliegenpilz fliegt herum. Und Pilz. So, ich lasse es immer hier stehen. Ja, ich pass drauf auf. Ich schiebe es auch nicht ins Wasser. Okay, nee. Wenn du sowas schon sagst. Was macht das zu 100 im Wasser? Keine Ahnung, das schwarte schon die ganze Zeit da. Ja, das Schwein da wahrscheinlich auch. Äh, was wollten wir nochmal? Knochen. Knochen. Knochen, Knochen, Knochen. Wo sind denn mal welche? Neun. Wow. Ja, bestimmt irgendwo mehr. Ja, ich gucke gerade alle Drohnen durch. Wo sind die denn? Hä, das kann doch nicht sein, dass wir nur elf Knochen haben. Ne, kann es eigentlich auch nicht. Hier sind keine. Da auch nicht. Da auch nicht. Äh, hier auch nicht. Du hast garantiert keine drin. Und da auch nicht. Was? Und hier drin auch nicht. Hä, wo sind denn ganze Knochen hin? Ähm, wir haben genau elf Knochen. Ich kann da drüben hingucken. Weißt du, ob da welche sind? In der verbuddelten Droh ist nix, oder was? In welcher? Die dort verbuddelt ist, ganz unten. Ja. Ganz unten. Ja, genau. Ja, ich hab doch überall geguckt. Alle Drohnen hab ich durchgeguckt. Ist aber komisch. Hm. Wo sind die denn dann hin, die Knochen? Ich weiß es nicht. Soll ich drüben gucken? Ich weiß nicht, ob da mehr ist. Ich schau einfach nochmal schnell nach. Ja, ich weiß, es kostet jetzt wieder Zeit, aber naja. Na, es ist schon wieder Mittag. Ja, dann kommen wir zurück und schlafen halt nochmal. Ja, das ist aber auch Käse. Ja, ne. Hallo? Ist hier jemand? Oh, Andy. Wie geht's? Wo ist er denn jetzt hin? Jo, hier sind noch 39. Ach dort. Jetzt hab ich 50, das sollte reichen, oder? Ja, ich denk schon. Für ein paar Wölfe. Wo ist er denn jetzt hin? Mr. Andy? Och, Mann. Wolltest du ihn wieder töten? Ja, und ich komm an. Und er blinkt sich sofort weg. Ich hab ihn noch nicht mal angeguckt. Ja, der hat's schon geahnt. Der Sack. Na los, Pärtchen. So, warte. Wieso? Aber warum hatten wir die dort? Warte mal noch, bevor du wegreitest. Ich reit doch nur hin und her. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht wegen Bäumen noch. Hm. Weil da hatte ich ja ein paar verwendet. Ach so, stimmt. Huch, ach Mann, ich drück mal die falsche Taste. Und dann wolltest du noch Gras irgendwie anplatz? Hier ist ein schwarzer Hase übrigens, ne? Kannst du ja merken. Ja. Das ist nicht so weit weg. Stimmt, ich wollte da noch ein bisschen Gras hinmachen, genau. Da war ja was. Bin mal gespannt, wie weit wir jetzt reiten müssen, bis wir irgendwas finden. Hm. Ich auch. Vor allem hasse ich es, durch den Wald hier zu reiten. Es leckt total gerade, bei mir. Ja, das ist bei mir auch. Shit. Und wie sollen wir jetzt hier weiterkommen? Gar nicht, wie es aussieht. Dann halt hier lang. Alter, was ist denn das für ebens dichter Wald? Und hier ist wieder ein bisschen scharf. Scharf. Autsch. Aua, aua. Spring! Ach, scheiße, du Mistvieh. Bist du rüber? Nein, ach, nicht ganz. Komm. Komm, Färzen, komm, los. Ach, hast du eigentlich ein bisschen Dreck mit oder so? Ähm, nö. Cool. Können wir uns keine Dreckhülle bauen. Naja, müssen wir uns halt irgendwie in den Berg reingraben. Außerdem, warum muss ich an alles denken? Ich hab nur gefragt, sondern ich hab nicht gesagt, dass du dran denken musst. Ach, ist okay. Hier kann ich schon nur. Boah. Gibt's bei dir auch so sehr? Ja, ja. Das ist wie auf dem Minecraft-Fahren. Ja, das ist echt nervig. Gibt es an Java, oder? Ja. Ähm. Was? Da bist du hin. Hallo, Pferd. Ich will einfach nur über das gratis Stück Land reiten oder so, nicht? Ja. Mitten durch die scheiß Bäume durch. Und Berge und alles. Wo bist du denn? Ich schlänge mich hier durch die Bäume durch. Ja, ich bin jetzt hinter dir. Oh, hier geht's weit runter. Vorsicht. Einmal etwas Wasser. Ach, nicht wirklich, oder? Jetzt ist hier so ein Loch im... Komm, Pferd, komm. Braves Pferd. Hm. Was denn? Hier durch, vielleicht. Gut. WTF? Ach nee, passt nicht. Ist du dick. Doch, geht's. Ähm. Ach, Mann. Das ist echt nervig, ey. Wie scheiße das doch ist. Ganz ehrlich. Vielleicht rechts am Rand. Ach, da muss man erst mal wieder hinkommen. Auf den Baum rauf. Ja, ich reite einfach hier. Ich muss sagen. In welche Richtung geht's? Ach, da bist du. Hey. Richtung zu den Bergen, da. Da wollen wir wenigstens keine Bäume mehr. Hier ist wieder so ein Drecksfluss. Ach, Mann. Ach, nö, jetzt bin ich... Ach, du meine Güte. Verdammt nochmal, was ist denn das, ey? Bevor du weiterreitest, warte mal bitte. Okay. Ich muss hier irgendwie erst mal rauskommen. Oh, hier haben wir ein kleines Stückchen freies Feld. Wow. Cool, ne? Ja, hi. Hi. Guck mal, ein braunes Schaf. Tja, irgendwie finden wir immer nur dieselben Biome. Diese Berge, die Dark Oakwood und den normalen Wald. Das stimmt allerdings. Wenn wenigstens mal ein kleines Stückchen was anderes kommen würde. Dann lass uns mal da... Uah, ist ja verdammt. Jawohl, geschafft. Ist ja auf den Berg rauf und gucken, ob das ist. Ja, mal gucken, ob man von dort aus was sehen kann. Ach, super. Boah, jetzt ist mein Pferd wieder weg. Komm, schneller. Schneller, schneller. Wie viel es Tintenfische ergibt, ist der Wahnsinn. In jedem Tümpel schwimmen 5 Millionen von den Viechern rum. Stimmt. Komm, ich will hier rauf. Ich bin auf der anderen Seite rauf, aber na gut. Also hier. Aber du machst das schon. Okay, dann erzähl er. Ich finde, hier sieht es nach einem guten Übernachtungsort aus. Na gut. Ist denn schon so spät? Ne, noch nicht ganz. Wird es ja eigentlich noch hoch gucken. Schnee. Wie soll ich denn hier rauf kommen, ey? So, so und dann bin ich schräg und wieder so schräg und irgendwie bin ich jetzt oben. Wir sind wieder die gleichen Wälder links. Toll. Das ist unglaublich. Ich hänge irgendwie fest. Wo hängst du denn fest? Ich glaube, mein Pferd ist im Schnee stecken geblieben. Ah! WTF! Was war jetzt? WTF! Was ist denn los? Jetzt bin ich plötzlich wieder unten irgendwo. Oh. Hat den übelsten Rollback. Was ist denn falsch heute? War ein richtig heftigen... ...heftigen... Schauen, wie ich jetzt wieder hochkomme hier. Ist das überhaupt der richtige Berg? Ach, wüsste. Ich komme wieder ein Stück runter. Ah! Ja, warte, jetzt bin ich wieder oben. Ganz oben im Schnee, oder? Ne, ich komme jetzt auch hinter dir her. Ups. Achso, ja, dann lass direkt hier... ...die Kohle rausgraben und... ...hier lagern. Na gut. Ähm, du hast jetzt zufällig Holz mitnehmen. Ne. Okay. Auch nicht dran gedacht. Ich habe wieder an alles gedacht hier. Ja, ja. Richtig gut. So, bling, bling. Ich habe immerhin an Fackeln gedacht. Ja, die habe ich auch. Da müssen wir nur noch ein bisschen Stein noch mit weghacken, damit wir ja vorne zumachen können. So. Wupp, wupp. Und dann kommt... Toll. Naja, ist egal. Die Betten hin. Eins da, eins da. Und Gute Nacht. Gute Nacht. Cool, ich habe eine Fackel im Gesicht. Sehr gemütlich. Glaubst du nicht, mit Fackeln im Gesicht zu schlafen? Oh ja, meist nicht so. Links ist dein Pferd, rechts ist meins. Auf geht's. Pferd. Ey, jetzt... Jetzt rennt das den Berg runter, ich glaube es nicht. So. Böses Pferd. Dummes Pferd. Was? Nein, nur böse. Nein, nur böse. Nur mal böse. Düm, 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 düm. Was? Oh, die bin ich da mit dem Schraub hängen geblieben. Nein, ich bin abgestiegen irgendwie. Aber guck mal, Kürbisse. Wo? Da. Rechts war einer. Zwei. Gesehen. Auch da. Hier kommt wieder Wald. Derselbe. Ah, der Dark Oak, wo das Wald her. Mal hier rauf. Gucken gehen auf den Berg. Ah, 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 fuck. Ah, Vorsicht. Okay. Da geht's gut nach unten dort. Ähm, ja, ich sehe leider nicht so viel. Ich habe nicht so eine hohe Sichtweite irgendwie. Ja. Oh, aua. Mein Pferd ist abgestürzt. Hm, ich frage mich auch, wo ich hier am besten runterretten soll. Hier ist Sumpf. Ach man, warum finden wir denn nicht mal was Neues? Wie, komme ich denn jetzt hier runter, ohne mein Pferd die Füße zu brechen? Gar nicht. Okay, wieder rauf? Nein, einfach runter. Oder du musst ja jetzt in die Richtung, genau, und jetzt links rum. Das Pferd ist bei mir weg, oder du schwebst noch durch die Luft. Gut. Auch nicht schlecht. Nice. Wieso ist denn jetzt hier, aber, entschuldige Pferdchen. Wo ist denn jetzt hin? Hier runter zu... Oh, ein Wolf! Echt? Ja! Yay! Wolfi! Aber nur einer, zwei, drei, vier, oh, für jeden zwei. Sehr gut. Bleib hier, nicht wegrennen. Äh, ich lasse mein Pferd mal, glaube ich, hier unten. Wuff! Wuff! Ähm, gibt's zu mir ein paar Knochen? Aber selbstverständlich. Die jagen jetzt erst mal Schafe. Ähm. Haha! Hey, der hat das Schaf getötet. Das hab ich nicht... Ach, jetzt... Wolf? Hey, Wolf. Hör mal auf, das Schaf zu töten. Wo seid ihr denn alle, Wolfis, hier? Ach, der Wolf, ey! Glättet den ganzen Berg rauf. Yay! Jagd Schafe, super. Lauf, Wolfi. Wo ist jetzt der vierte hin? Hast du einen, hast du, ne? Ja, aber der ist noch nicht... Ach ja. Ach, jetzt liebt er mich. Pff, einen Knochen hab ich für den jetzt gebraucht, für den anderen zwei. Echt, ich hab grad für den einen irgendwie zehn gebraucht. Ja, aber weißt du, wo wir das letzte Mal da die fünf Knochen hatten oder so? Und dann bin ich eingezähmt. Ja, wo ist denn jetzt noch einer? Dann hat jeder zwei. Oh, für den hab ich jetzt auch noch einen gebraucht. Ähm, wo ist mein Pferd jetzt? Mein Pferd ist weg. Nein, das rennt da drüben am Berg lang, am Hang. Hä? Hinter dem Baum. Hier? Hm, ja. Das will irgendwie nach Hause, das läuft so in die Richtung. Du Pferd, ey. Ähm, ja. Die konnten schwimmen, oder wie war das? Was? Die kommen auch wieder her, also wenn die irgendwo hängen bleiben und alles, die kommen dann mit. Und die, ähm, werden dann einfach dahinter... Ah, Dschungel, oh doch, Dschungel, 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 Dschungel. Echt jetzt? Hab ich das richtig gesehen? Ich hab nichts gesehen, aber okay. Nee, scheiße. Das Einzige, was ich jetzt sehe, sind Bäume und nicht mehr dich. Das sah von Weitem gerade aus wie Dschungel. Wo bist denn du? Dort? Ach, da bist du. Ja. Ach, komm. Ich hoffe, ich finde auch wieder zurück. Wir reiten gerade ein bisschen kreuz und quer. Ich will in Dschungel und Ocelots finden. Da haben wir auch keinen Fisch dabei. Ja, ich will trotzdem... Ich weiß, das ist logisch. Noch nie hatte ich Ocelots. Ich auch nicht. Ich hab noch nie welche gesehen. Äh. Oh, das ist wirklich schrecklich, wie das hängt, ey. Mhm. Deshalb mag ich auch manchmal Laufen einfach lieber. Ja, aber es geht halt trotzdem viel, viel schneller so. Ja, stimmt. Auch wenn das ein bisschen nervig ist. Ein bisschen ist gut. Ach, jetzt bin ich wieder im Baum hängen geblieben. Und hier haben wir wieder so einen Berg. Und da ist wieder eine Ebene. Warum finden wir immer dasselbe? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wo es hier irgendwie... Wenn wir wieder nach Hause kommen könnten. Ja, doch ungefähr weiß ich noch. Wir müssen wieder in die Richtung halt zurück. Bis zum Sumpf und dann nach rechts. Hm, okay. Wenn du es weißt. Jaja, ungefähr... Boah, wie gesagt, ungefähr. Huch. Tja. Was noch? In welche Richtung gehen wir jetzt am besten? Okay, jetzt wird das abgemortet. No, so, das böse Ferzen. Ich weiß irgendwie nicht so recht, was ich davon halten soll, dass wir immer nur die gleichen Sachen finden. Wo sind eigentlich meine Hunde? Ich mein, das ist ne gute Frage. Die werden schon irgendwann wieder hinter uns sein, hoffe ich. Ich hoff's auch. Ansonsten müssen wir ja, wo wir hingehen müssen, ungefähr. Ja, toll. Wenn die dir gehören, die spawnen die nicht mehr. Echt? Ja. Nur wild lebende Kreaturen spawnen. Äh, die spawnen. Ich hätte mir die anleihen sollen. Äh, keine Ahnung. Ist ja ein lustiger Stein hier. Cool gewachsen. Hm. Bisschen komisch. Aber lustig. Ey, das kann doch nicht sein, dass es immer wieder... Nur die gleichen Biomen sind ja. Vor allem sind die so riesig. Wir haben bei uns teilweise ja auch die kleinen, dieses ganz kleine Baumbiom da. Aber hier, die sind so groß. Und nirgends ist mal ein kleines irgendwas anderes. Hier ist wieder Nadelwald. Und wieder Berge. Juhu. Ist doch Quatsch, ey. Und mein Pferd geht unter. Wo ist es denn? Wo ist mein Pferd hin? Das ist ein Wasser. Ach ja. Ich hab's jetzt nicht gesehen gehabt. Geht's in den Wald rein? Ja. Na gut. Ich geh unter. Das ist wieder Sumpf. Ja. Hab ich auch schon gesehen von Weitem. Och man, ich will doch Dschungel finden. Oder irgendwas. Eine Wüste wird, wär mir sogar mal recht. Ja. Ach fuck, jetzt bin ich wieder im Wasser, ey. Oh man. Am Ende müssen wir uns echt irgendwie ein Boot bauen oder keine Ahnung. Oh, ein Hexenhäuschen. Wo bist du denn jetzt eigentlich echt? Wo? Aber in den Hexenhäuschen gibt's ja mal nie was. Also war ja nichts Gescheites drin. Ah. Ähm. nochmal durchs Wasser durch. Weiß nicht, ob es da auch irgendwas Gescheites geben kann im Hexenhaus. und ob das immer nur dasselbe und gleiche langweilige zeug ist das wasser jetzt möchte ich nur noch wieder finden im hexenhaus beim hexenhaus ja ich habe das hexenhaus noch nicht mal gesehen aber okay ach da dann gehe ich dann mal irgendwie von welcher seite aus gehe ich denn hier ist nicht mal hier ist nicht mal ein hexenkessel drin oder blumen oder irgendwas nur ein crafting table so langweilig tja wo bist du gute frage was jetzt vielleicht mal weiter nach links noch ein großes meer echt ja lass uns mal dem hexenhaus vorbei in die richtung wieder umher gekommen sind das ist halt eben da hinten wieder naja aber da kann man wenigstens halbwegs gut reiten das stimmt allerdings und vielleicht findet man noch ein villager dorf oder so oh wasser oh sonnenblumen ist das blumenwieser das biome weiß nicht gibt es die blumenwieser als biome gibt es nicht ich habe keine ahnung oder gibt oh fuck sagt das irgendwie was höhenartiges ist oh bin ich gar nicht wirklich dran vorbeigelaufen und glaube ich was ist denn das hier WTF WTF haha sehr gut so kommen wir auch nach der Ruhe können wir gleich zuhause pennen wir sind doch ganz toll wir sind doch geradeaus und nur einmal links geritten was sehr gut verdammt nochmal das war jetzt schlau ja dann lass uns einfach mal übers wasser fahren vielleicht haben wir da mehr glück ja